Hallo, mein Name ist Michael Manek und ich bin Heilpraktiker hier in Bamberg. Willst du abnehmen, hast du eine Fettleber oder du hast sogar schon Diabetes, dann ist das Leberfasten nach Dr. Worm genau das Richtige für dich. Durch langjährige Forschung wurde ein Programm entwickelt, mit dem man den Zuckerhaushalt und das Fett schnell und dauerhaft reduzieren kann. Wenn du mehr wissen willst, dann komm zu mir. Am 25. September oder 2. Oktober jeweils um 17 Uhr informiere ich dich gern in meiner Praxis. Die Veranstaltung ist kostenlos. Melde dich schnellstmöglich an, denn die Plätze sind begrenzt. Ich danke dir und wir sehen uns. Bis bald.